das hangar schön endlich mal auch schon lange mal gehabt hast du charakter ausgewählt wurde auf die web zu schauen ja der ist gleich gar nicht also ich bin ein bisschen mit bespielen der volk geflogen kralle okay ich spiel bei mir richtig ungepackt block nicht existent block auch nicht aber in wahrheit wollte ich sterben damit ich kann so unternehmen kann kein leben mehr die jagd geht weiter jetzt bist du auf dich gestellt ja 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 klar zu tot geschlagen ich bin sacks mit dem wask nein 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 Ja, natürlich. Puff. Es war auch schön, mein Bruder halt wieder so viel glücklicher und saugenfeuer zu sehen. Nicht immer mit diesem besorgten, traurigen Blick, sondern entspannt halt eben, ja. Und Schuss. Cool, dass er so einen Lucky Pass hatte, ja. Fick ihn. Er hockt um die Ecke, macht Krabbler, und beim Dodgen hittet es mich. Er macht es schlechter, beim Dodgen hittet es mich, es ist so lächerlich. Ups. Alter, da war wieder die Spirale. Keine Winners, glaub ich, das Mal, oder? Ja. So. Oh, mächtigenswitter, ha? Bist du mächtigenswitter? Oh, komm. Oh, oh. 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 Oh, das ist nicht so eine tolle Leistung. Jetzt brauchen wir nur noch R2. Das ist traurig. Natürlich. Oh. Hau'a. Wie er flied. Und der Kampf wird weiter, bis sich aber Kills um 50% erhöhen. Okay, jetzt hier hat man eine Beschwerde bekommen. Das ist One Foot Sandwich, nicht One Foot Langbar. Die haben Sorgen. Genauso, wie bei Red Bull, dass es mal eine Anzeige oder Anklage dazu gab. Das ist nicht wirklich Flügel für Leute. Nein, tut es nicht. Lügner. Von den Flügel. Hände ja. Ich habe ein Stück Salat essen wollen, was da nebenher geflogen ist. Ich atme ein, als Sticker über dem Salat. Tschüss. Double Kill. Der Count oben wäre fast durch mich runtergeflogen. Aber er hat so lange gehabt. Meine Detonit-Ladung schweißt natürlich den Nautenflur entlang. Suchst du mich? Du meinst immer- Du gehst nirgendwo hin. Ich schnapp sie euch! 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 Du warst schön unten, Kollege. Sie werden es uns nicht leicht machen. Easy. 19er Kill-Serie. Null Verluste. Rein rassiert. Ich bin's. Tim! Tyron. Kontrolle aus. Stumm. Houston. Wir haben Tyron verloren. Ihr habt doch gesagt, ich habe einen Anruf bekommen. Oh, habe ich gar nicht gehört. Ein einfaches Gefecht. Wahnsinn. Mein Kollege ist anscheinend krank, unser Fahrer. Mal nachhören. Sein Cousin fährt uns wieder, die letzte Woche. Und wir müssen mal schauen, ob er sich vielleicht doch noch meldet. Und Dingens, da muss ich meine beiden Taschen noch von ihm holen. Weil die habe ich bei ihm im Auto gelassen, weil ich eigentlich dachte, dass wir dann zusammen nach Nürnberg fahren. Aber dann, er ist schon wieder krank. Krank, krank oder kranken Bock? Keine Ahnung. Er war anscheinend gestern wirklich krank und heute haben wir nichts mehr von ihm gehört. Hm. Ist doch alles scheiße, Alter. Er war anscheinend. Äh. Alter, wir haben Max-Level, wunderschön. Iden oder weiter? Immer 800er, Digga. Endlich haben wir mal die Mates. Iden. Mein Gott, das fällt gerade gut geschmeckt, Alter. Da bist du glatt noch eins. Ja. Und ihre Granate schüttet mich. Mein Kollege hat mir jetzt Bescheid gesagt und schaut, dass er jetzt das klärt. Und ich mach einfach nichts, ich schock einfach weiter, wenn er klärt. Da kannst du ja nicht viel machen, ne? Jetzt die Exekutionen-Fakt. Digga, fuck das ab, Mann. Der Typ ist aber auch andauern. Krass. Nein, Digga. Fuck you. Zwar auch sehr riskant von dir. Jo. Oh, meine Rache habe ich bekommen. Und das ist relativ schnell. Ich sterbe mich gerade nicht. Ich habe so viel Schaden genommen und ich schiebe den einfach immer noch. Wir schiebe mich gleich. Es wird gewirkt, aber auch irgendwie nicht. Der Lichtschmerzwirbler ist halt einfach perfekt gegen Leer, wenn die mit ihr Schillfeuer kommt. Das ist so wunderschön. Und gegen los die Gegner. Denken, sie können draußen draufhauen. Nö, nö, nö. So nicht. So lächerlich, der. Wie will ich leben, wo jeder weckt? Und sie bleibt jetzt und bösst du dich noch tot. Und ich fliege wieder runter. Ja, wie behindert auch noch. Nö, der hat dir noch Machtschuppen hergedrückt. Wer läuft in den Tod? Ich hab's genau gewusst, ne? Aber ich hab beim Sprung noch nichts gesehen, als wir dachten, dass es safe ist, ja. Aua, Kabelhieb. Oh, leer. Mir war wieder durch ihn durchgepackt. oh mein gott er gibt mir mit einem schuss noch schaden ich habe den ersten platz noch erobert ich habe ihn zurück erobert was wurde in die gruppe geschickt kein kommentar oder so 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 kappen big balls entgegnet ihm und da kann auf einmal aus der schau antworten ne so 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 spiel die lobbies wurden ja gewählt wir wollen echt viele vergewaltigt das muss man schon mal so lassen uns haben sie doch noch welche gefunden die sich vergewalten lassen wollen ich hasse whatsapps so sehr die wird jeder scheiß angezeigt aber nicht einmal wissen möchte wenn eine bestimmte person zuerst online war wird sie mir nicht angezeigt der einzige kontakt muss mich gerade interessiert und es hat nicht angezeigt ja irgendwann runtergebrochen ich habe es nicht so spiel möchte ein historischer kundgericht wir töten uns gegenseitig er liegt noch auf dem boot aber er kann ein hieb machen ist okay bosk läuft um die ecke der frame wo er um die ecke ist bin ich tot einländiger irgendwie fassen wir von dahinter mir gg wow digga wo kommt die her und es born bosk hinter mir ich merke schon dass wir zum blaster bitte dann werde ich jetzt schnell vorher auspacken wenn die so ein spiel spielen wollen das wollen sie offensichtlich loppen alle tot gewünscht dieser damage fast tote ja ist das so klar das ist der dritte gegen max Der Weg zur ultimativen Prahlerei ist zu 50% abgeschlossen. Wir müssen jetzt mal diesen scheiß Tunnel weg. Das ist verbossten Spielplatz da hinten. Level 11 verschmeißen mich nicht mehr tot, ja. Oh mein Gott. Wir machen das auf die Haare. Die sind scheiße. Die spielen nur wie Hunze, ne. Digga, die schlägt auf Anakin ein und klitscht durch Anakin durch und trifft nicht mit dem Stab, digga. Die buggt einfach durch Anakin durch und schlägt nicht, digga. Es ist so lächerlich. Oh, die sind schon alle gekült dort fast. Erst müssen wir überlegen. One shot. Sehr gut. Ich bin auf dem Rohr gelandet. Alter, ich hab gesehen, du bist einfach so wieder zurückgekommen, digga. Aus der Schlucht oder raus, alter. What the fuck? I have returned. Schleicht, schlecht! Oh! Als Boss gesagt, war nur eine Nervensegel mit seinem Zeug. die höhle gut klicks machen können weil da schön englisch der ganzen granaten gas und selbst haben sie verkauft oben das überlegen der max level schon wieder rausgehegelt ist gesprungen und ich wollte schauen dass ich das nicht so lange noch ausstarle dass er bestimmen kann er soll lustig aus wieder cool ist von einfach ein kreis war es die erste runde die zweite runde das war die zweite ok weil ich musste mich jetzt langsam noch fertig machen das war sehr stark damit ende die aufnahme-session leute das war sogar eine folge mit drei runden weil wir die eine map in nur eine runde drauf gespielt haben habe ich gleich noch zwei folgen dran gucken runden meine ich war super wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dorthin haut rein